Wir sind immerhin erfolgreiche Schatzsucher. Wir müssen irgendetwas gründen. Das hier ist kein Kinderspielplatz, verstanden? Dass wir absolut alles möglich machen werden und für jede noch so schwere Herausforderung eine Lösung finden. Hey, da wo ist sie? Du hast ihn also gefunden. Du hast uns, glaube ich, unterschätzt. Na, wenn das so ist, denke ich mir fürs nächste Mal etwas Komplizierteres aus. Alle verhalten sich wie Kinder, genau so albern. In diesem Notizbuch beschrieb er, wie das Gegengift gewischt wird. Findet es heraus, das ist eure neue wichtigste Herausforderung. Wenn wir in 48 Stunden ein Döden wiederfinden, verlieren wir die ersten Patienten. Nur noch 48 Stunden. Mama, jetzt nicht. Ich habe keine Zeit. Er hat den Stein gegessen. Spuck ihn schnell wieder aus, ja?